Herzlich Willkommen zu Tomb Raider. Hier ist noch was. Guck mal da hoch. Nicht wirklich. So und von hier aus. Jetzt kommen wir erstmal zu ihm hier. Aber hier ist noch was. Guck mal. Mhm. Mhm. Hoffentlich von Tieren. Okay. Also eine Art Mörser und Stüßel. Wahrscheinlich für das Zerreißen von Heilkräutern. Und im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente hoffentlich von Tieren. So. Das war nix. So. Wo muss ich denn lang? Ach. Da kann ich ja auch hoch. Dann. So. Ah. Hier gibt's noch Feuer. hier. Dann kann ich erst mal das hier anzünden. noch ein bisschen Bergungsgut finden. Und jetzt. Ja doch. Komm. Das machen wir noch. das hier hinten anzünden. So. Wollen wir mal weiter klettern? Wollen wir mal wieder raus? Ich bin ganz schönes. Ich bin ganz schönes hier. Oh. 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 Lara, bist du da? Reyes, hast du Sam gefunden? Wir sind noch auf der Straße. Ich werde versuchen, eine SOS von einer alten Radio-Tower herzustellen. Hast du Tipps? Hey, Lara. Du musst die Kommunikationskonsole finden. Es wird ein paar alten Switchboards finden. Okay, ich werde dir wissen, wann ich es finde. Okay, so. Sind wir schon mal da oben. Da müssen wir jetzt noch hin. Was ist denn die denn? Ah! Ah! I'm gonna die. Get up there. You got it. Light her up. Here go. Try going down her. I'm going down. Reloading. Attack now. Get closer. So, die drei hätten wir geschafft. Grazo vor allem. Also ich hab schon gedacht, das wär schon wieder rum. So ging's mir zumindest. So, drei mit fünfzig. Sammelt sich doch ein bisschen was an. Ah, jetzt nochmal ein Lagerfeuer, sehr schön. Um uns erstmal wieder ein Video an, um ein bisschen runterzukommen. Oh, das ist ja schön. Ich hab dir, Reyes, es ist ein Mechanical, nicht ein Problem elektrisches. Jetzt, Alex. Oh, das ist ja schön. Oh. 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 Oh, I give a real ol' Glasgow a kiss, you know. Gets you out of trouble nine times out of ten, that does. Took me a week to sleep that night off, and I've not touched a drop since. See you at dinner, fam. All right, can we take B-roll, please? Thank you. Dr. James Whitman, filler 15, take three, and action. Okay, now take a firm grip, and then slice him down the belly, like this. Yeah, you got it. Good old cut, cut, cut! Cut. Is he coming back? I'll go get him. The world-renowned archaeologist. I discover... The world-renowned archaeologist, Mr. Dr. James Whitman. I don't cut every breeds of fish. It's just a fish. It's fine. It's just a fish. You're gonna be fine. This damned reality TV business. I'm-I'm meant to be bringing culture to the people. Sam, not dinner. Uh, no offense, Jonah. The audience demands content, Dr. Whitman. You know that. So until we find the Lost Kingdom, we need footage like this. Come on, let's just take it from the top, okay? We're gonna make you look like Gordon Ramsay in editing. Dr. James Whitman, filler 15, take four, action. Okay, now take a firm grip, and then slice him down the belly, like that. I've studied them so much, I can see charts on the back of my eyelids. But if I'm not right about Yamatai being in the Dragon's Triangle... I remember when you found that in one of your father's days. You ran up and showed it to me dressed in your penguin pajamas. I was five years old, it was my first find. You've got great instincts, girl. You just have to trust them. Hmm, that's what my father used to say. Now, there was a man that ran on instinct. For better or worse. He would have been so proud of you, Lara. We're getting closer to the storm. Now, whatever's coming, we'll get through it, eh? Hmm. Hm. Tja. Okay, Lara. Pull yourself together. They counter on you. So, genug Ausrüstung zusammen. Bogen haben wir ja nicht dabei. Ich weiß nicht, wo dieser blöde Bogen abgeblieben ist. Ob ich irgendwie die Waffe wechseln kann. So, grösseres Magazin. Erhöht die Schussfrequenz. Ich glaube, das machen wir mal, oder? Oder eher das hier mal. Erst mal erweitertes Magazin. Das bringt, glaube ich, erst mal mehr. So. Ich frage mich, wo der Bogen hin ist. Ach. Wollte ich doch gar nicht. So, jetzt. Wo lang? Ach da. Ja, dann. Sind wir ja gleich da. Ja. Hey! Get that damn gun off me! Hmm. Oh, da ist noch der Bogen. Wie, wie wähle ich denn den Bogen aus? Ah! Okay. Wieder was gelernt. Ich hab mal schon gewundert, den verliert sie doch nicht, ob plötzlich... ... ... ... ... ... ... ... ... Wo ist denn der da oben? Oh, pavard! War hier nicht. Was ist denn der Typ hin? Ist der so schnell verrottet. Gehe ich jetzt da rein oder gehe ich da hoch? Ich würde sagen, ich gehe dann da mal hoch, oder? Wie komme ich da gar nicht hoch, ohne da rein zu gehen? Scheinbar nicht. Scheinbar muss ich da hoch. Scheinbar nicht! Das war's für heute. Ist da noch einer? Dass er das auch nicht bemerkt, dass hier der Kollege tot ist, ne? Boah, den hätte ich jetzt beinahe gar nicht gesehen. Okay. Man, das jetzt hier habe ich nicht gesehen. Also nicht direkt. Ich habe erst gedacht, da steht doch einer. Scheiße, da steht ja einer. Nummer, eine Art Koordinatoren. Wollte jemand diese gefunden? Jetzt geht's nicht hoch. Oh, hier. Das Bunker. World War Two era. Probably Japanese. Was heißt... Es ist neu. Hier ist es. Okay. Dann lassen Sie unsere Barsche. Die Brüder entscheiden Sie die Hauer. Ihr seid dann? Okay, okay. Juste machen. Wie viele kamen aus dem neuen Rack? Ein paar Dette. Und ein paar Kuchen. Ein Ritual? Vielen Dank fürs Zuschauen, seid auch gerne das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es euch gefallen hat, unter dem Video Daumen hoch, gerne auch einen Kommentar hinterlassen mit Tipps, Tricks und so weiter und gerne auch ein Abo dalassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder oder in einem ganz anderen Video. Tschüss!